16 Stück. Mark Nusson. Ellison. Philipp Weber. Peter Nenowitsch. Marcel Schiller. 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 War ewiger Zweiter, oder? Musche. Mortensen. Robert Weber. War Limburg ein Jahr. Wollin. Limburg war, glaube ich, sogar zweimal. Gensheimer. Eggert. Ich hatte noch Limburg und Eggert in der Reserve. Gensheimer hatte ich auch noch, aber ich dachte, Schiller. Harry Pidis. Den hatte ich nicht. Wischinski. Von meiner Seite. War Juni noch da, dieser Juni? Ja. Würde auch zählen. Das wäre so meine Amende, wenn ich sagen muss, weil ich wusste nicht, ob er vor der Zeit oder nach. Diese Saison. Diese Saison. Bereit? Ja. Hart und Meierhofer. Hatschke. Roberto Garcia Paromba. Bennett Wiegert. Philipp Jächer. Maik Machula. Juba Mirranisch. Klaus Gärtner. Zeltas. Jens Böckl. Sebastian Hinze. Sebastian Hinze. Kermann. Jaron Siebert. Rauh. Rauh. Von Erlangen. Dann sage ich Michael Hass. Wenn das zählt, dann zählt er auf das. Aber daran habe ich gar nicht mehr gedacht. War clever. War clever. Ähm. Warte, welche Vereine gehen wir von oben, von unten? Ähm. Welchen Verein habe ich noch vergessen? Thorsten Jansen. Frank Carstens. Ähm. Emil Kurtagic. Den hatte ich auch nicht. Wie viel haben wir denn insgesamt? Es sind noch eins, zwei, drei, drei. Drei? Ja. Und ihr habt ja schon die ganzen Doppelten, wo es die Trainer entlassen ist. Ja. Ja. Inwieger. Keine Ahnung. Fünf. Christian Bruche. Fuck. Boah. Ähm. Ich weiß wie die zwei. Ich kann den Namen nicht einfallen. Welchen Verein hast du denn noch? Ich habe noch beide Vereine, die fehlen. Ich weiß gerade auch nicht mehr. Wenn du jetzt sagst, gewinnst du. Also wenn du den sagst, gebe ich dir das Ding. Ich werde sterben. Der Spanier von Stuttgart. Nicht genau. Rodrigo. 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 Der hätte ich auch nicht mehr gehört. Roy Sanchez. Roy Sanchez und der von Leipzig. Haber. Haber. Das habe ich gedacht, warum du zuerst sagst. Nein. Der Lieblingstrainer Haber. Da habe ich gerade dran gedacht. Das kostet mir nicht so was, Alter. 27. 27. 27. Zeit läuft ab jetzt. Deutschland. Frankreich. Polen. Italien. Österreich. Kroatien. Österreich. Kroatien. Kroatien. Europäische Union. Ich glaube, ich kann sogar sagen. 27. Tschechien hast du gesagt, oder? Keiner hat gesagt. Dann sage ich Tschechien. Slowenien. Serbien. Aus. Tschüss. Na, ewiger. Serbien. Wieso braucht Selah immer zehn Stunden bis hier, weil er vier Stunden auf der Grenze ist? Meine Güte. Dämlich. Ich hätte noch Slowakei, ich hätte noch Ungarn, ich hätte noch Rumänien, ich hätte noch Spanien, ich hätte noch Portugal. Ich hätte noch viele. Würdest du dann noch immer Großbritannien zählen lassen oder nicht? Wegen dem Brexit? Das war die Frage. Ich hätte noch ein paar. Ja. Ist Schweiz auch nicht drin? Nein, Schweiz ist nicht drin. Da habe ich nämlich die ganze Zeit. Fangfrage. Ich bin immer in die falsche Richtung gegangen. Ich hätte mehr... Lituanien? Litauen. Werder war ja. Und Latvia? Ja. Das hätte ich Angst vor Deutsch, wie man die Namen sagt. Latvia. 2-1 Cousinat. Gute Frage. Okay. Kemper, muss ich zuerst sagen. Uma. Hummell. Salme. Homma. Mizzuno. Adidas. Muss noch jemand haben. Nein. Opa, falsch. War das jetzt gesagt oder nicht? Nein, natürlich nicht. Einspruch. Einspruch. Wenn du jetzt noch einen hast, dann hast du, glaube ich, gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wo ist es denn? Drei gibt es noch. Drei? Ja. Wenn man einen Like gibt es, wer weiß. Toto Lotto. Keine Ahnung. Fünf Sekunden noch. New Balance. Falsch. Was gibt es denn noch? Errima. Errima. Errima wollte ich noch sagen. Errima wollte ich noch sagen. Und Selec. Oh, Selec, genau. Das stimmt. Hat der Lemgo. Lemgo hat er auch. Dorma hat Selec. Gummer hat auch Selec. Und Lemgo? Lemgo hat Dorma. Hast du das gefilmt, wie die Hand geht? Gute Zeit.